Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Grillzeit ist auch die Buletzeit. Es ist unkompliziert, die Kinder haben es gern und auch die Ernährungsberaterin hat nichts dagegen. Die Flügelfleisch enthalten ja bekanntlich viel Protein, aber wenig Fett. Weil man jetzt also wieder mehr und häufiger Bulet braucht, kommen Sie bei uns in der Tiefkühlabteilung Buletschenkel und Buletschnitzel von Goldstar in praktischen und preisgünstigen Grosseinheiten über. Wenn man nicht alles aufs Mahl braucht, lassen sich die Beutel übrigens mit einem Griff verschliessen und wieder versorgen. Beim tiefkühlten Geflügel ist es wichtig, dass man es gut auftauchen lässt. Ebenso wichtig beim Grillieren ist eine rechte Glut. Armin Amrain, auch in diesem Fall nicht verlegen, meint, dass die Holzkohle gleichmässig glimmen muss mit einem Hauch von weissen Aschen drüber. Flammen dürfen sie keime geben. Lieber ein bisschen Geduld als nachher schwarzes Fleisch auf dem Teller. Und weil nichts den Geschmack vom Geflügel besser zur Geltung bringt als eine rassige Marinade, zeigt er jetzt gerade noch eine aus seinem Repertoire. Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Bürgerschock. Meine Lieblingsmarinade sieht wie folgt aus. Olivenöl, wenig Galvados, einen Teelöffel Honig und ein bisschen Essig miteinander verrühren. Drei geschälte Knoblauchzehen mit der Presse in die Marinade drücken. Dann mit Salz, den grünen eingeleiten Pfefferkörner und ein paar Rosmarin-Nadeln würzen. Pulischenkel drei bis vier Stunden marinieren. Ich habe das hier schon gemacht und kann sie drummiert schon auf den Grill geben und auf beiden Seiten saftig grillieren. Wenn sie das Fleisch während dem Grillieren ab und zu mit der Marinade bestreichen, überkommt es eine schöne Farbe und nimmt den Geschmack noch stärker an. Pulibrusch würde ich abwechslungsweise mit Ananasstöcken und Bananen auf ein Spiesschen stecken und im Übrigen gleich mit Pulibei grillieren. Noch Fragen? Ich hoffe nicht und wünsche Ihnen allen zusammen einen schönen Abend. Überzeugte Grillfans mit den wenig grossen Gärten oder Nachbarn, die am Grillieren nicht so den Applausch haben, empfehle ich übrigens einen von unseren Keramiksteigasgrillen. Beim Entzünden per Knopfdruck entsteht kein Feuer und kein Rauch und nach wenigen Minuten kann man schon grillieren. Und weil der Keramikstein mit seiner glatten Oberfläche weder Fett noch Fleischsaft aufnimmt, gibt es auch weniger störenden Qualm. Beim Grillieren an den hoffentlich vielen schönen Sommerabend, sei es mit Holzkohle oder mit Gas, wünsche ich allen viel Vergnügen. Zuerst jetzt aber noch einen Blick ins Markenfenster mit unterhaltenden Spots. Hey, weg da! Man sieht ja nichts vom nagelneuen Ballista Cereal Junior Plus. Mit feinsten Zutaten und einem Plus an Vitamine und Calcium. Dann liest du Cereal Junior Plus, der starke Getreide-Regel! Du 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 Und? Knackige Sachen? Und trotzdem so Zahn. Edelige Kackusorte, gute Schweizer Milch und knackige Nüsse braucht es für die Herstellung einer feinen Schokolade. Dazu viel Fachwissen vom Confiseur und ein Schuss Perfektion bei der Produktion. Eigentlich ganz einfaches Rezept, wenn man es kennt. Kennen Sie diese Schokolade? Ja, sicher eine der bekannten Schweizer Marten. Wenn das Quecksilber höher und höher steigt, hilft entweder das hier. Oder ein Klimagerät von Satrap zum Reinigen, Entfeuchten und Kühlen der Luft. Für Räume bis 25 Quadratmeter empfiehlt sich das mobile Klimagerät Satrap Cool 60001 mit Abluftschlauch. Für die permanent gewünschte Temperatur sorgt das stufenlos einstellbare Thermostat. Und für eine grosszügige Luftumwälzung ohne Durchzug sind zwei Ventilationsstufen verantwortlich. Auch bei voller Leistung bleibt der Energieverbrauch mit 0,65 Kilowattstunden bescheiden. Für grössere Räume ist das mobile Splitgerät Satrap Cool 9002 vorgesehen. Das leistungsstärke Modell erfüllt alle Ansprüche an ein optimales Raumklima und passt mit seinem neutralen Design in jede Wohnung. Die Ausseneinheit zum Stellen oder Hänken macht bei diesem System den üblichen Behälter für das Kondenswasser überflüssig. Bauseitige Installationen sind übrigens für beide Satrap Klimageräte grundsätzlich nicht nötig. Man kann sie nach dem Kauf sofort in Betrieb nehmen. Und wie bei allen Satrap Haushaltgeräten profitieren sie natürlich auch von der zweijährigen GOP Garantie. Wenn sie jetzt erst eingestellt haben, ist das zwar schade, aber sie kommen gerade noch rechtzeitig für ihren persönlichen Preisvergleich. 5 Kilo Aprikosen aus Spanien kostet 9,80. Ein Pfund Jakobs Café Medaille d'Or, gemahlen und wagverpackt, kommen sie für 7,20 über. Und GOP, Eistee, Classic oder Light im Multipack gibt es für 3,30. Ausserdem offerieren wir ihnen verschiedene Kassarollen mit Glasdeckel aus Inox Bicolor schon ab 13 Franken. Grillrezept, die auch Kinder gerne haben, hat ihnen Armin Amrain heute im Hauptteil vorgestellt. Was Kinder auswärts am liebsten essen, sehen sie heute in einer Woche bei uns in einem Beitrag aus dem GOP Restaurant. Ich darf mich bis dann von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie Zeit gehabt haben und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen! Danke, dass Sie Zeit gehabt haben und einen schönen Abend haben.